Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Aggressors Ancient Rome. Wir breiten uns Richtung Norden aus und versuchen die keltischen Tribes von uns zu vertreiben. Währenddessen wir gerade eben sehen, dass Epirus hier jetzt auch gerade eben in seiner Heimat ordentlich Stress gerade eben hat, wie wir sehen. Das ist Massilia. Die kommen da jetzt auch gerade eben rüber. Das sind aber auch irgendwelche Barbaren, auch irgendwelche Kelten. So, das hier gehört jetzt von uns und jetzt sind wir dran. Ich möchte jetzt hier natürlich eine Straße bauen. Man könnte übrigens auch Felder bauen, wie ihr seht, das kostet ein Gold, dann würden wir eine bessere Nahrungsversorgung bekommen. Ich will aber auch keine Stadt bauen, ich will einfach nur eine Dirt Road bauen, um hier Stalia mit mir sozusagen verbieten zu können. Ah, in Stalia kann jetzt auch schon was gebaut werden. Wir bauen jetzt hier den Zivil Service. Also im Grunde sozusagen, wir sorgen dafür, dass die Leute einfach in den Städten zufriedener sind. Das ist etwas, was grundsätzlich eigentlich eine gute Idee ist. Mache ich jetzt auch überall rein in meinen Städten. Auch wenn es teuer ist. So, hier auch Zivilgedöns. Das macht einfach die Bevölkerung zufrieden. Kann ich das hier in Rom auch noch machen? Ja, kann ich. Ist auch nicht so übertrieben teuer. Ah, Merpium. Kommt, bekommt auch Zivilgedöns-Service. Also ob jemals irgendjemand von mir einen Service bekommen hätte. Pulled an Improvement. Geht nicht. Jetzt sind unsere Ressourcen ausgegangen. Ihr seht, wir haben zu viel davon ausgegeben. Aber das ist nicht schlimm. Wir erobern einfach neue Möglichkeiten. Und rücken jetzt einfach hier in dieses Gebiet vor. Ähm. Und rücken in dieses Gebiet vor. Äh, geht in den Tag nicht. So. Ich möchte das hier alles schön beobachten. Nicht, dass da irgendwas kommt, was ich nicht haben will. Jetzt sieht das aber alles ganz friedlich aus. Also ich finde es gut, dass Epirus jetzt hier so mehrere Kriege in der Backe hat. Das erleichtert mir mein Leben ungemein. So, nächste Einheit. Das ist der Kollege. Der soll jetzt hier noch Merpium anschließen hier an die Straße. Zack. Ist jetzt angeschlossen. Was ist das hier mit Barium? Barium braucht noch eine Weile, deswegen lasse ich diesen Trupp hier. Wobei, eine Sache könnte ich machen. Ähm. Mit denen hier. Zack, hier schon rauslaufen. Und hier, da unten dieses Gebiet erobern. Das geht ja mal gar nicht. So, der soll nächste Runde dahin gehen. Das Wichtigste oder das Meiste haben wir jetzt besprochen. Ach, guck mal wer da kommt. Kartago kommt da aus den Löchern geschissen. Gut, dass wir es gesehen haben. Ja. Die Armee von Kartago ist angelandet. Ja, gleich zweimal. Pergamon ist mit uns friedlich. Möchte mit uns hier entsprechende Treats haben. Können sie haben. Die finden uns voll geil. Interessant. Ich weiß gar nicht, warum die uns voll geil finden. So, wir machen allerdings trotzdem hier einfach unseren Plan weiter. So, wir rücken hier drauf. Können hier direkt mal angreifen. Die Armee ist hier gleich schon mal gefallen. Also, wir haben erstmal die Armee natürlich geschlagen, wie ihr seht. Ähm, war nicht wirklich schwierig. Das war ein... Irgendwo so eine komische... Das war eigentlich mal eine Armee. So, wie es aussieht. Es ist einfach nur so eine Tribe-Truppe gewesen. So, dann drücken wir von da an auch noch von der Seite drauf. Wir greifen jetzt das Städtchen direkt an. Und haben es erobert. Es sind sogar nicht mal so viele Leute gestorben. Wir haben aber auch jede Menge Ressourcen dadurch jetzt geplündert. Die Kapitalstadt der Städtchen ist Venetia. Sie wurde von der Romanen Republik getötet. Das war ein bolder Schritt. Du sollst uns überprüfen, was die Situation für dich bedeutet. Okay. Hier ist auf jeden Fall einiges... Wir haben ja natürlich auch einiges jetzt hier an dem Gebiet erobert. Also, das ist schon mal krass. Aber wir haben jetzt wirklich ihre Hauptstadt hier gerade eben erobert. Das schauen wir uns auf jeden Fall an, Leute. Aber erst mal machen wir hier die Straßen weiter. Und ich muss jetzt hier runter, weil da unten ist das böse, böse Kartago. Dann hat uns jetzt hier was weggenommen. Und ich mag es nicht, wenn man mir Dinge wegnimmt. Ich bin da heikel. So, was haben die denn hier? Ich möchte eigentlich den Boden hier kontrollieren. So, nur Gras. Gucken wir mal. General Advice. Short Odds. Prediction. Aggressivial Resents. Blablabla. Attack Withdraw Chance. 31%. Terror Run Attack Bonus. 30%. Tile Supply. Blablabla. Wir greifen an. Ja, der Kampf war jetzt mehr oder weniger auf Augenhöhe. Die hatten halt einen guten Verteidigungsbonus. Unser Angriffsbonus war besser. Wir haben tatsächlich sogar mehr Männer verloren als sie. Wir müssen also nochmal eine weitere Armee ausheben. Wir müssen halt aufpassen. Es dürfen nicht zu viele Männer von uns ausgehoben werden. Noch mal ein paar Print Caps. Unsere Bevölkerung wird dadurch jetzt natürlich weniger. Das wird ungeil. So, warte mal. Ich glaube, ich muss das hier noch reparieren irgendwie. So, der kann nicht mehr. Der schnauft jetzt hier schon wie so eine Dampfflock. So. Die Runde ist vorbei. Was macht Karthago? Das schauen wir uns natürlich an. Die greifen jetzt hier das hier an. Die versuchen jetzt hier unten unseren Zipfler wegzunehmen. Oh, das hat ihnen selber mehr wehgetan als uns. Also sind unsere Truppen dann doch noch ein bisschen überlegener. Auch wenn wir sie noch nicht perfekt ausgebildet haben. Aber zum Glück kam Karthago auch nicht mit so vielen Truppen. Ich meine, 10.000 Mann verlieren ist hartes Los. Das steckst du nicht so ohne weiteres weg. So. Äh, Karthago. Do you want to accept... Was? Jetzt, jetzt. Die haben was erobern und wollen jetzt Frieden. Nein. Äh, Tridentium in weniger improved its defense. Sehr gut. Your local governor did a great job. Texas were wisely spent. Let's hope other cities were followed suit. Okay, Roma hat auch noch seine Dinge hier verbessert. Komm, ich verbinde das jetzt auch noch mit dem Straßennetz hier. Warum denn nicht? Die hauen jetzt hier ab. Die denken jetzt wirklich, ich akzeptiere einfach, dass die jetzt hier diese Mine hier erobert haben. Wisst ihr? Ich weiß ja nicht, was die sonst so rauchen jetzt da so in, 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 in Karthago. Aber es kann nichts Gutes sein. Ich greife dir dieses Schiff an. War anscheinend für mich schlechter als für den Feind. Ja, wir wurden geschlagen. So, bauen wir auch noch dieses hier aus. Wunderbar. Jetzt greife ich das hier an. Dieses Gold-Lägerchen hier. Also diese Mine logischerweise. Auf das hier unser werde. Ähm. Ich drücke jetzt einfach hier quer so rein. Ich brauche Hilfe von diesem kleinen Schiff auch noch. Was ist eigentlich jetzt hier mit dem Städtchen? Das kann ich jetzt direkt sofort reparieren. Das finde ich gut. Übrigens kann man hier nicht drauf. Ich habe aber schon gesehen, dass es Einheiten gibt, die da drauf können. Aber meine können das nicht. Muss man wahrscheinlich Gebirgsjäger sein oder sowas. Ähm. Ich rücke jetzt hier so vor. Ah ne, ging gar nicht. Schade. Dann... Wir bauen hier dieses. Ich kann hier noch... Ne, ich kann nicht angreifen. Ich blockiere das jetzt hier einfach mal. Diese Position. Mehr kann ich gerade eh nicht tun. Ernsthaft hier mit einer Truppe Militis einfach nur den Stiefel von Italien verteidigen. Also Kartago macht hier tatsächlich gerade nicht viel. Makedonien möchte mit mir hier ein paar schöne Sachen austauschen. Können wir machen. Oh, und jetzt geht es hier los. Makedonien möchte für mir eine Million Bevölkerung... Äh, 10.000 Bevölkerungen haben. Ne, 1.000 Bevölkerungen haben. Und dafür geben sie mir dann Stein. Ein Stein. Nein. Dinge, die ich definitiv nicht tun werde. Ich bleibe jetzt einfach stehen. Und halte die an dieser Stelle. Die brennt immer noch, oder was? Das Ding brennt immer noch. Ich will, dass das aufhört zu brennen, ey. Ich werde es hier nicht angreifen. Ich werde es hier einfach dafür sorgen, dass die sich regenerieren. So, jetzt gehen wir nach Stalia rein und machen hier auch noch die Dirt Road. So, haben wir die Dirt Road jetzt hier gut durchgezogen. Das hier wird ausgebaut. Oh, was ist denn das Schönes? Das freuen wir uns als nächstes. Ja, diese kleinen Schiffe kommen aus irgendeinem Grund nicht besonders. Ah, und jetzt kommen die guten Einheiten hier. Eigentlich sollte sie erst mal noch trainieren, aber... Die Zeit haben wir gerade eben nicht. Das müssen wir später machen. Was machen wir da? Komm, wir holen uns auf das jetzt schnell noch. Das kann ich eigentlich hier sogar noch mit Emergency Aid jetzt hier wieder aufbauen. Wurde ziemlich niedergefackelt, wie man sieht. So, wir beenden die Runde. Die greifen wieder an. Oh, das war ein Kampf, der uns sogar zurückgedrängt hat. Oh, jetzt kommen sie aber wirklich an. Ich muss noch mehr Truppen haben. Ich muss wahrscheinlich Truppen nach Süden verlagern. Mein Vorstoß jetzt hier oben im Norden, der hilft mir nicht wirklich weiter gerade eben. Was bringt es mir oben? Noch mehr, ja, Karthagel sind angelandet. Wir haben jetzt allerdings hier die Horsemen, also wir können jetzt Ställe bauen. Technologie. Epiurus möchte Frieden. Nö, sag ich nein. Seleukiden. Nein. Ich würde garantiert jetzt nicht Pergamon irgendwie den Frieden wegnehmen. Wir haben jetzt das Odrisianische Königreich entdeckt. Ja, ja, schön. Karthago hat 75% der militärischen Superiorty Victory Conditions erreicht. Wir müssen auf jeden Fall Karthago jetzt hauen. Hauen mit allem, was wir haben. Das hier muss ich reparieren. Fett mir gerade eben ein. So, mit dem gehe ich jetzt da hoch und baue ich auch nochmal eine Dirt Road. So, meine Print Caps hierhin. Kann ich jetzt hier eigentlich irgendwas angreifen? Habe ich dann irgendwie eine realistische Chance? Ich bleib jetzt mal hier. Ich kann jetzt hier mich nicht wirklich ein... Man kann eigentlich auch ein Vorbauen, aber das kriege ich gerade irgendwie nicht hin. So, wenn Sie auch noch hier einen Emergency Raid machen, stelle ich gerade eben fest. So, was ist das jetzt hier? Ich kann jetzt nur die Einheit wieder rauspacken, aber das will ich gerade eben nicht. Ohne Witz, ich brauche nochmal eine Print Caps Einheit. Wir bilden die jetzt halt einfach aus, aus Notfallgründen. Ansonsten kann ich hier gerade eben nichts machen, weil mir einfach jetzt hier auch die Ressourcen fehlen. Läuft gerade eben eher so mittel. Mit Kartago. Dass der Punische Krieg so früh kommt, ist unangenehm. Ja, die nehmen mir das jetzt hier natürlich weg. Ach, du ahnst es nicht. Ich werde versuchen, mit dem Schiff hier abzuhauen, so schnell ich kann. Oh, oh, oh. Wow. Also, die haben hier richtig Truppen am Start. Das läuft gerade eben wirklich schlecht. Überspringen. Pergamon schenkt uns was. Ja, gerne. Wir haben eine Armee, die gerade eben starft. Ich weiß nicht, welche Armee das ist. Terzitus, irgendwas. Haben wir hier keine Versorgung? Ich weiß gerade eben nicht, wie gesagt, was das Problem ist. Angeblich sind Truppen von uns am starven. Yes! Zurück in die Stadt. Wahrscheinlich sind es die hier, weil sie hier nicht verbunden sind mit uns. Nehme ich mal an. So, jetzt gehört uns das hier. Die hier sind einfach nur zusammengedroschen worden. Die ziehe ich zurück. Und jetzt kann ich versuchen, die hier zu vernichten. Ich habe sie nur zurückgedrängt. Was? Das waren unentschieden? Krasse Scheiße. Okay, der Trupp hier zieht sich eindeutig zurück. Und zwar so weit er kann. Er kann sich nur bis dahin zurückziehen. Na toll. Ich stelle mich da noch mit drauf. Vielleicht hilft das ja in der Verteidigung oder was. Im schlimmsten Fall hilft es gar nichts. So, die... Ja, die brauchen jetzt... Was ist denn das hier eigentlich? Cancel Unit Move. Ja, ich mache mal Cancel Unit Move. Ich lasse jetzt einfach mal hier stehen. Also das Gute ist, dass die halt teilweise alle schon ein bisschen geprügelt sind. Aber wir sind dann auch geprügelt wie die Hunde, ne? Blacksmiths haben wir ja schon Stable. Da könnte man auch mal Cavalry bauen. Ich baue mal hier so ein Stable hin. Was ist mit dem Trupp jetzt hier? Der kann ja gerade eben nichts bauen. Ich weiß nicht warum. Fehlt wahrscheinlich einfach die Bewegungsreichweite. Hm. Der bleibt da einfach. Runde beenden. Also der Angriff von Carthago kommt mehr als ungelegen. Carthago ist halt echt die Supermacht damals, ne? Boah. Sind wahrscheinlich beide versenkt worden, oder? Ne, nur diese eine Einheit wurde angegriffen. Oh, oh. Ey, boah, haben wir denen zugesetzt. Wow. Na, Printcaps halt, ne? Die haben es drauf. Das muss man denen echt lassen. Und das ist, wie gesagt, die nicht ausgebaute Variante. Schipper, Schipper. Ja, okay, das können wir jetzt überspringen. Das war uns gerade eben eher weniger spannend. Hey, Athen will schon wieder. Die geben uns zwei Wood für 1000 Leute. Nein. Nein. Ich gebe euch meine Leute nicht. Ardinei. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Wollen, haben... Ja, komm. Sie scheinen nett zu sein. Die keltischen Tribes wollen Frieden. Nein. Ich bleib da hart. Das Schiff hier hat es geschafft. Lass es einfach mal hier kurz warten. So, kann ich das jetzt hier endlich reparieren? Wäre toll. Die jetzt hier... Was kostet mich das? Die Recover in one turn. Das machen wir. Das hat die ordentlich nach oben gepusht, wie ihr seht. Wir greifen jetzt hier an. Wenn wir diese Engstelle jetzt hier nehmen können. Jawohl. Es war unentschieden, aber wir haben das Gebiet erobert. Wir haben nur 44 Mann verloren. Und der Gegner dadurch 327. Das waren fast 10% seiner Männer. 8% oder so. So, und jetzt können wir hier noch mit einer weiteren Armee nachrücken. Wir werden Kartago zurück ins Meer treiben. So, jetzt können sie nämlich hier nicht mehr durchdrücken. Das war unglaublich wichtig. Aber ich möchte das hier auf jeden Fall wieder zurückerobern. Wir müssen jetzt aber aufpassen. Unsere Bevölkerung ist sehr, sehr dünn. Sehr, sehr dünn. So, wir bauen jetzt hier... Oh, da kann ich eine Brücke bauen. Dann brauche ich eine Brücke hier. Da kann ich nicht hin. Hm. Das hier gehört mir. Nicht da hin. Was ist denn mit der Armee hier? Ich nehme halt noch mehr Gebiete. Ich muss da noch hin und sage, dass die hier eigentlich dann noch meine Ding bauen sollen. Dann kann ich gerade nichts mehr machen. Okay, Runde beenden. Also, wie gesagt, ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr Truppen baut, baut ihr die Print Caps. Die anderen lohnen sich nicht so wirklich. Ich habe auch schon mal die Peltasten ausprobiert. Die lohnen sich nicht wirklich. Die haben einfach... Die haben... Die können dann doch hier vorbeilaufen. Also, es lohnt sich eigentlich wirklich nur die Print Caps. Meiner Meinung nach. Zumindest habe ich noch... Noch keinen Grund gefunden, das anders zu machen. Okay, diesen nehmen wir auch mit. Athen finden es gut. Gold Deposit has been found. Sehr gut. Wir bekommen nochmal 7,3. Die Unions of Gold ist einfach so eine random Sache, die jetzt hier gerade eben passiert, dass wir jetzt hier einfach ein bisschen Gold bekommen. So, jetzt sind hier drei Leute drauf. Jetzt kann ich hier die Straße weiter ausbauen. Zack, zack. Und wir greifen jetzt hier... Komm, ich will jetzt irgendeine Truppe vernichten. Schaffe ich aber nicht. Ich treibe sie nur vor mir her. Unser Angriffsbonus war unglaublich gut. Terrorbonus, unser Erfahrungsbonus, ne. Die haben halt schon einiges jetzt hier an Kämpfen geführt. Und ich führe jetzt hier trotzdem diese Legion hier trotzdem nach Süden. Und jetzt muss ich hier noch die Straße bauen. Der soll hier weitermachen, diese Gebiete zu erobern. Oh, das hier nehmen wir uns. So, warte mal. Das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Recovern. Recovern in one turn. So, weiter komme ich gerade eben nicht. Wie man sieht. Wie weit sind wir jetzt eigentlich jetzt hier von unserem... Ja, ein bisschen was fehlt noch, wie man sieht. Wir haben das meiste schon. Hier, da müssen wir noch was machen. Da müssen wir noch was machen. Dieses Gebiet müssen wir uns alle noch einverleiben. Available positions. Your Country. Also da sind wir sogar übers Ziel schon hinausgeschossen, stellenweise. Ich muss das hier noch holen. Und dieses Gebiet hier. Aber das machen die jetzt gleich. Oder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut bis dahin, ne. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Tschüss.